Ich finde, Hacking und Programmieren im Allgemeinen ist Kunst. Einfach aus dem Grund, wie arbeitet ein Maler? Der Maler hat sein Material, seine Farben, er hat sein anderes Material, seine Leinwand, er hat seine Werkzeuge, seine Pinsel und er hat eine Idee. Und mit Hilfe der Werkzeuge setzt er seine Idee im Material um. Wenn ich etwas programmiere, sei es ein Werkzeug oder eine Applikation oder halte ein Wurm, habe ich eine Idee, ich habe meine Materie, das ist der Computer, und ich habe meine Werkzeuge, das ist die Programmiersprache. Und ich setze meine Idee mit Hilfe der Werkzeuge auf der Materie um. Das ist genau der gleiche Vorgang. Untertitelung des ZDF für funk, 2017